Die Hände auf den Lücken des Vordermanns. Wenn er sitzt, schlaft die Füße hoch. Alle schauen jetzt nach vorne. Es ist ein funktionierendes Welt, habe ich festgestellt. Freunde, auf geht's! Rauch auf die Waffe! Schauen wir uns! Die beiden Häschen rüber. Sie haben doch gerade losgemacht. Oktober fährt man nie gleich mal. Sicher! Spitze! Ich erkläre uns das ganz gut. Dazu stellt man mich bei uns. Vor allem, wenn man hier hinten wieder runter. Ich stelle mich lieber zwischen heute. Es gibt verschiedene Kommandos. Zwar haben wir uns hier heute eine Bockbahn aufgebaut. Freunde, wir sehen wir gemeinsam gar...